Nummer 3. Dies ist ein Kilometerzähler der Marke Sigma, ein Maßstab in der Welt der Fahrradcomputer. Er ist schön und kompakt, hat ein elegantes Design und ist vollständig wasserdicht. Es verfügt über einen großen Bildschirm, der das Lesen der Daten erleichtert und in sieben Sprachen verfügbar ist. Er zeigt den Batteriestatus an und enthält eine Option zum Sichern aller Daten. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Der Shimano Cat-Eye Velo, ein Klassiker in der Welt der Kilometerzähler, hat sich weiter entwickelt und ist jetzt viel subtiler und eleganter. Völlig drahtlos, Velo Wireless liefert alle normalen Daten mit dem Zusatz, dass er programmierbar ist. Enthält einen großen Bildschirm und eine Funktion für den zusätzlichen Kalorienverbrauch. Trotz seiner Größe ist die Akkulaufzeit recht gut. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Er verfügt über einen großen Bildschirm, auf dem die Daten leicht konsultiert werden können. Er verfügt über zwölf Funktionen entsprechend den unterschiedlichen Fahrbedürfnissen. Er schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen, wenn er keine Aktivität feststellt. Und er hat eine Bildschirmhintergrundbeleuchtung, ideal für helle Umgebungen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden.